hallo und herzlich willkommen bei pokevestments eurem youtube kanal für pokemon investment tipps mein name ist manuel und in diesem video soll es um 151 gehen und um die geschichte ja von 151 aber auch von ev heroes ich habe mir einige notizen gemacht tatsächlich und viele daten und fakten rausgesucht die ich euch hier in diesem video mitgeben möchte und letztendlich kann jeder dann selber entscheiden was er aus diesen informationen mit sich zieht oder auch nicht und mir wäre es ganz ganz wichtig wenn ihr diese arbeit wertschätzt also lasst gerne einfach mal mit einem klick gar keine arbeit ein like ein abo da wenn ihr das noch nicht getan habt und schreibt mir anschließend natürlich auch wie ihr über diese thematik denkt denn ich persönlich gehe davon aus und jetzt spoiler alert dass sich die geschichte wiederholen wird was ich damit meine ich zeige es euch und wir fangen an mit ev heroes und ev heroes um mal ganz am anfang anzufangen ist am 28 mai 2021 released geworden ja wenn man das so sagen kann er ist rausgekommen wohingegen 151 am 16 juni 2023 rauskam gut das sind erstmal die release fakten die wir uns jetzt hier vor augen halten können jetzt gehen wir noch mal zurück zu ev heroes wir sind hier auf sneaker dank eine sehr sehr gute seite wie ich finde vergleichbar mit ebay und wir haben hier die möglichkeit uns anhand dieses preis grafens uns anzuschauen wie dieses display in der vergangenheit performt hat und ist jetzt gerade tut wie die situation damals aussah und wie sie jetzt gerade aussieht so wir sehen wir haben hier einen momentan ja eher stagnierenden stagnierenden preisverlauf um die 50.000 yen wenn wir bedenken wo wir gestartet sind hier man kann leider erst im september 2029 das ganze einsehen sind wir bei 8.000 7.000 6.800 yen ja ich glaube niedriger ging es nicht und haben uns dann sehr sehr schön hoch gearbeitet bis wir hier gepiekt haben bei 26.424 yen im durchschnitt und sind dann mit einem schlag runter gedroppt und sind noch mal runter gedroppt insgesamt hat dieser ja also der höhepunkt hier dieser peak und der tiefpunkt innerhalb also wenn man sich das hier quasi so anschauen möchte diese zeitspanne von diesem hoch bis zu diesem tief letztendlich eineinhalb monate circa angedauert und genau bis wir hier den tiefpunkt hatten bei um die 10.500 yen günstiger wurde es laut sneaker dank preisverlauf hier nicht also das war quasi das tief danach ging es nur noch nach oben da kam kein weiterer großer reprint und das ist schon mal eine sache die mit relativ hoher wahrscheinlichkeit anders ist als bei 151 bei 151 hatten wir diesen großen reprint jetzt bereits viel viel früher als das bei ev heroes der fall war bei ev heroes habe ich mir herausgesucht wie gesagt hatten wir den release am 28 mai 2021 hatten das hoch hier am dreißigsten sechsten 2022 ja also ein jahr später ja so ein bisschen mehr ein jahr ein monat später und sind dann nach diesen ein einem jahr und einen monat sind wir runter gegangen und haben diesen reprint auf den markt bekommen ich habe auch mal kurz reingeguckt also das vielleicht auch mal so ganz nebenbei sehr interessant der uvp eines japanischen displays liegt bei 5500 yen msrp uvp was umgerechnet 2000 2000 schön wäre es 32 euro 28 wären das mal kurz nebenbei aber was ich euch hier zeigen wollte ich kann leider den post nicht mehr aufrufen weil ja die seite gesperrt wurde erst vor kurzem vom pokecorner am 4 juli 2022 völlig überrascht hat uns vor einigen minuten eine nachricht es wird ein reprint von ev heroes kommen und der war auch sehr sehr groß mit ich glaube über 100.000 displays die pokecorner alleine hier verkündet hat die auf den markt gekommen sind eine sehr sehr große zahl und man kann sich ja hier im verlauf dann letztendlich anschauen was passiert ist ja wir hatten einen fall von 26.000 yen auf 10.500 yen so wir haben uns auf jeden fall mehr als halbiert ähnliches sehen wir auch jetzt gerade bei 151 ich habe schon seit anfang des release gesagt dass ich 151 mit ev heroes vergleichen würde also wenn ich displays vergleiche ja auch wenn wir mit 151 ein special set haben und bei ev heroes nicht können wir meiner meinung nach wenn wir uns mal die nachfragen beliebtheit anschauen das ganze sehr sehr gut vergleichen und wir sehen hier bei 151 ja auch einen fall wir sind hier im peak viel früher das war auch wurde hype noch mal richtig rein gekickt hatte auch bei 26.000 yen circa gewesen tatsächlich aber wir haben dieses niveau länger gehalten über die 20.000 yen da jetzt ausgehend vom hoch welches wir zuletzt hatten bevor es dann runter gegangen waren wir dann bei 20.000 yen und dann sind wir jetzt mittlerweile also wir sind bei ev heroes wir hatten den tiefpunkt eineinhalb monate später ja und nach dem tiefpunkt ging es dann hoch bei 151 ist der verlauf ja noch ganz ungewiss also erstmal sind wir über eineinhalb monate jetzt bereits schon ja wie sagt man vorangeschritten ja wir sind am 23 dritten bei diesen 20.000 yen gewesen auf sneaker dank und sind dann runter gedroppt im april waren wir hier schon bei 8800 yen dieses tief haben wir nachdem es hier kurzfristig eine sehr sehr starke erholung gab 40 prozent über nacht nach oben die preise geschossen sind gehen wir jetzt wieder gesund in einer korrektur nach unten und sind tatsächlich weiter runter gegangen ja bei 8000 yen so das finde ich auch wieder sehr sehr spannend denn diese 8000 yen die wir jetzt gerade sehen finde ich persönlich sehr sehr attraktiv um langfristig sich erste position aufzubauen oder in meinem fall sie zu erweitern denn ich habe auch schon um die 150 160 und auch 190 euro eingekauft ja um mal kurz hier transparent zu sein und ich finde auch diese preise waren für das display sehr sehr gut gerade wenn man einfach mal ja ein bisschen weiter auch ein bisschen fantasie mitbringt geduld mitbringt ich bin davon überzeugt long term auf fünf jahre zehn jahre sind wir hier auf jeden fall bei preisen die wir auch jetzt gerade bei ev heroes sehen das heißt um die 350 400 euro klar man hat einige prozent rendite weggegeben wenn man jetzt gesagt hat ja ich habe jetzt bei 150 oder 170 eingekauft und kaufe jetzt nicht nach um meinen durchschnittspreis ein bisschen weiter runter droppen zu lassen so ich halte das einfach weiter okay klar aber trotzdem reden wir da immer noch fast von einer verdopplung was meiner meinung sehr sehr stark ist wenn man sich hier einfach mal anschaut wie einfach ist dann ist in so ein display zu investieren ohne großes vorwissen ja aber das ist ein anderes thema noch mal jetzt zurück bei ev heroes ja jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen was ich sagen wollte genau also wir hatten hier wie gesagt dieses tief und das wird bei 151 mit großer wahrscheinlichkeit anders sein ja wir hatten hier diesen großen großen reprint der dann absorbiert wurde vom markt aufgekauft wurde und nachdem ging es nur noch nach oben wir hatten keinen großen preisverfall mehr ja nachdem wir dieses tief hier hatten so bei 151 ist das ungewiss ja es kann durchaus sein dass wir hier kurzfristig noch weiter runter gehen ja also dass wir nicht nur preise hier von 80 euro sehen die wir jetzt gerade schon bei einigen händlern haben oder fast kurz davor sind diese zu haben ich kann mir durchaus vorstellen dass wir gegebenenfalls auch noch mal auf 75 runter gehen oder auf 70 euro alles unter 70 euro halte ich für relativ unwahrscheinlich das heißt nicht dass es nicht passieren kann denn wie gesagt wir haben ja diese unbekannte was ist wenn es noch so einen großen reprint gibt der kopp pokémon company ja also wir hatten das release bei 151 am 16 juni ja wir sind noch nicht mal ein jahr dabei das heißt also jetzt mal ausgehend von diesem szenario jetzt nur mal rein hypothetisch vielleicht im august dieses jahres ja oder september kommt da noch mal richtig dicker reprint wer weiß ob wir uns dann schon genug erholt haben dass die tiefs die wir jetzt gerade bilden um 8000 7000 yen nicht noch mal gegebenenfalls unterschreitet werden das kann passieren ja je nachdem wie viel die pokémon company denn auf den markt wirft denn es ist klar ja dass wir jetzt nun mal gerade auch eine andere zeit erleben als es noch 2022 und 2021 der fall war die pokémon company mittlerweile ja auch sieht wie beliebt ein set ist wie viel da aufgekauft wird und was auch ganz ganz wichtig ist ja was auch noch mal unterstreicht dass wir hier einfach eine andere zeit haben wir einen ganz anderen startpunkt hatten ja bei 151 die leute waren von anfang an bereit 150 euro aufwärts zu bezahlen für dieses display und das ist auch letztendlich ja man kann sagen haben wer da eingekauft hat der selber schuld ja sicher aber das unterstreicht auf der anderen seite und gerade langfristig gesehen auch noch mal meiner meinung nach das große potenzial was 151 mit sich bringt denn wir haben eine ungemein starke nachfrage und beliebtheit kombiniert und das liegt nicht umsonst an der nostalgie nein es liegt natürlich auch an den karten die diese transportieren meiner meinung nach in diesem set so das war glaube ich alles was ich mir hierzu aufgeschrieben hatte und ich bin sehr sehr positiv gestimmt wie gesagt ich finde jetzt gerade ist ein sehr sehr interessanter zeitpunkt denn wir sehen preise die ev heroes ganz am anfang hatte ja von 8000 7000 yen vielleicht noch mal ein bisschen weiter darunter und ja also die range zwischen vielleicht sehen wir noch mal 70 euro 70 80 90 euro sehr sehr spannend ja also gerade da vielleicht mal so ein bisschen etappen mäßig reingehen wenn man dieses risiko denn eingehen möchte ja japanisch ist wesentlich riskanter hier gibt es weitaus mehr manipulation als bei englischen oder deutschen booster boxen produkten das ist klar ja sowas was da in japan abgeht dass da mein händler dann sagt jetzt und das ist tatsächlich passiert wir canceln deine order denn die preise haben sich von ja tag x auf tag y über die nacht um 40 prozent korrigiert jetzt zahl mal bitte drauf sowas gibt es also würde ich mich mal weit aus dem fenster lehnen bei englischen und deutschen produkten und natürlich auch einen anderen hier französisch und schieß mich tot eher weniger so wie gesagt deswegen disclaimer das ist alles keine handelsempfehlung wie ich eingangs schon beim video gesagt habe bitte bildet euch eure eigene meinung und ja tut dann letztendlich auf grundlage dieser eure eigenen kauf ja käufe oder nicht käufe oder was auch immer okay gut alles abgearbeitet freunde ich hoffe dieses video konnte euch ein bisschen helfen vielleicht habt ihr jetzt ein besseres verständnis auch noch mal bessere jahre die preise sind vielleicht auch noch besser greifbar umso näher man am msrp kauft desto risikoarmer investiert man ja wir werden den msrp preis von 5500 yen höchstwahrscheinlich nicht bei 151 sehen dazu denke ich persönlich ist die nachfrage viel zu hoch aber wir kommen der uvp sehr nahe also da also das sehen wir jetzt schon ja wir sind bei 8000 yen und 7000 yen dann zahlt man 1500 yen mehr als als die uvp ja klar dann kommen noch zollgebühren etc pp das muss man natürlich alles mit einberechnen aber ja dann muss jeder selber entscheiden was er macht also ich finde das sehr sehr attraktiv cool okay das war es dann von diesem video denkt dran jetzt eure meinung in die kommentare ich freue mich von euch zu lesen wir sehen uns beim nächsten video wieder macht's gut und ciao